Ja, Jürgen! Wie kann das sein sein? Oh mein Gott, das war ja so mega nice! Hey Leute, hier ist der TGW aus der Zukunft. Ja, ich möchte nämlich vorher noch ganz kurz was loswerden, bevor das Video richtig losgeht. Und zwar seht ihr jetzt auf der Billardplatte unser letztes Video eingeblendet. Das ist so ein kleines Infovideo. Und dort reden wir über den Kanal und haben euch mal so gefragt, was für Projekte euch denn am besten gefallen. Und ich würde euch wirklich mal bitten, da nochmal hinzugehen und diesen Kommentaren, also in den Kommentaren unten abzustimmen, welche Projekte euch gut gefallen. Das wäre wirklich nett von euch, denn es hilft uns und euch. Und es dauert wirklich nicht lang, so fünf, sechs Sekunden maximal. Deshalb macht das doch bitte mal, damit wir wissen, was euch gefällt und was nicht. Und ja, oder wenn ihr mal, wenn ihr mehr von sowas, was wir jetzt hier machen, also so ein kleines, einfach irgendein Flash-Game mal, einfach angespielt, dann gebt doch diesem Video hier doch mal einen Daumen hoch. Und ja, dann höre ich jetzt schon auf zu labern und ihr könnt dieses wundervolle Video anschauen. Hallo meine Freunde! Wir probieren heute mal was Neues aus. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, spielen wir Billard im Browser. Ja, ein wundervolles Game. Ich liebe es, wenn ihr David sich aufregt. Ja, das Spiel hat jedenfalls für mich viel Rage-Potenzial und der Riesen-Rage-Faktor. Ich habe mich auch gestern so tierisch über dieses Kack-Game aufgeregt. Ja, gestern habe ich gewonnen. Heute sieht es aus, es wird er gewinnen. Wir haben aber nicht geschafft, wirklich zu einem Ende zu kommen. Ja, wir haben dreimal heute schon alles Game-Band. Ich kann nur von mir sprechen. Ich bin total schlecht. Ja, ich weiß nicht. Ja, man sieht es ja gerade wundervoll. Ja, das ist jetzt nur wegen der Aufnahme. Ja, genau. Oh, 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 oh. Ja, also David, also. Ich bin enttäuscht von dir. Ich auch. Also von dir nicht schon mehr. Ja, ist klar. Lass doch vollkommen Grund zu. Komm und... Volles Loch! Das ist unglaublich. Wie oft der mit dieser Taktik... Oh, scheiße. Ich wollte mich am Juden. Nein! Nein! Niemals! Niemals! Das wäre dich nicht, Junge! Ja! Und du merkst, ich bin der absolut der Oberkrow! Hm, merkt man! Und... Es ist Loch! Ey, das war die falsche Kugel! Ah... Würde sagen, machen wir... Hahahaha! Oh, nee, die Liga ist ja super, wundervoll! Best of three, oder? Genau, würde ich sagen. Da wird wahrscheinlich dann eher gewinnen, soweit ich das... Komm, ich stehe noch nicht mal irgendwas fest. Hä? Was das denn? Keine Ahnung! Ich hab so gedacht, boah, jetzt zieht aber bestimmt mal mega ab, ne, und dann so ein Lascher. So ein lascher... so ein lasches Stößchen! Hohohoho! Hm, so schießen! Ha, ha, ha! Schitz Stößchen! Ha, 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 ha! Das ist ja lustig, ha, ha! Hohohoho! Ey, hey! Das ist ein Weg so ohne Scheiß! Oh, ha, ha, ha! Ich hasse es, wenn die Acht dich bewegt! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Wenn man die Acht reinschießt, also wenn man die Acht reinschießt, bevor man alle Kugeln reingeschossen hat, dann verliert man! Oh, ha, ha, ha! Na, ha, ha! Sehr schön! Nix schön! Ja, ha, ha, ha! Sehr schön! Ha, ha, ha! So, jetzt aber mal mega abziehen, sonst verkack ich den Schuss nachher. Ach, ha! Ha, ha, ha! Voll reingeprescht, ey! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Okay, kann man jetzt auch falsch verstehen? Ich bin voll ins Loch geprescht hier, wie das... Ha, ha, ha! 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 Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Nein, mein Freund. Ich will mich nicht schon mit uns aufwenden. Ja, nein! Oh nein, Marine! Mann, du Arsch! Nee, nein, einfach! Nein! Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, wenn der es jetzt ins Falsche... Also der muss vorher bestimmen, in welches Loch man das reinhauen will. Und wenn man es dann ins Falsche Loch reinhämmert, dann hat man trotzdem verloren. Oder wenn die Weiße mit reingeht. Ja! Ich liebe es! Scheiße, du hast dich getroffen. Fuck! Nein! 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 Rieser Dreck! Nein, das gibt's nicht! Oh, ne! Eeeh! Oh, was ist das von Dreck, ey! Dreck, ey! Jetzt mal deine Fresse! Na, aber schließlich! Leider noch etwas heiser! Leider! Weil... Weil ich krank war! Nicht, weil ich mich aufgeregt habe! Nicht, weil ich mich aufgeregt habe! Eeeh! 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 Warte, warte! Was ist das? Du ist einfach voll rauf hier, ey! Eeeh! 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 Neh! Wie klar nicht! Eeeh! 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 Warte! Klappt das? Könnte sogar. Es wär so nice, wenn der jetzt reingehen würde! Es wär soo hammer! Eeeh! 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 Och, so knapp! Eeeh! ich hab so Angst um die 8 nein, ich guck nicht hin, oh nein ich hasse es, wenn die 8 sich so bewegt so, jetzt mal, komm bitte wenn der klappt, wenn der klappt der klappt nicht das ist ein Dreck jaha, 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 jaha bei dem muss ich immer richtig drauf preschen, das ist doch nicht alter, aber der knapp was wäre deiner reingegangen das ist gar nicht toll gefunden oh, du bist so eine miesere Sau oh, ich weiß nicht, wie die Pest ja, verdient mein Junge mein lieber Arsch ne, ne, ne ne, ne scheißspiele ohne Mist nein, du trinkiges Arsch, ey ja, ne ne, ne, ne ne, ne, ne du dreckiges Mistball du dreckiges Mistball du fress, du Arsch ne, 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 sag ich doch, nein, bäm lass mich mal wenn der was wird, ey der wird niemals was dieses Drecksspiel jetzt ist er am Ragen ja, das finden wir jetzt natürlich wieder lustig, du Arsch, ey Ich geh ins falsche Loch jetzt ahaa, lustig, ähöhöhö Tricks game Wohin jetzt? Scheiße Ich komme das so einfach, Junge Nicht dein Ernst Da tut der das auch noch Oh, was hat er da? Ich habe mich schon verloren gehofft Was? Ich habe schon befürchtet, ihr habt verloren Ja, hohohoho Muhohoho Scheiße Ich glaube, den macht er jetzt Fucking hell Fuck Nein Warum muss der so scheiße liegen? Der liegt ganz genau in der Mitte, Junge Nein Ja, 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 ja Oh, das ist schön Scheiße Fuck hell Und Da-dum Aaaaaah Woh, yeah Woh Woh Wir müssen mal ganz kurz einen Cut machen, tut mir echt leid Und da kommen wir ins Final Match Woh Nein, nein, was? Doch, Final Match Das ist alles entscheidende Match Was ich natürlich gewinnen werde, weil ich schon mal 30 Stück reingehaut habe Was? Ich habe die Medaille bekommen Ja, das ist schön Das fragt uns doch So Ich muss schon mal direkt so ein bisschen abräumen hier So Haben wir das gerne Wie einfach kein Kommentar von dem Gott So ist einfach richtig drauf hier Und Bats Da ist die auch noch reingegangen Und keine von dir, Junge Aha Komm Ja 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 Oh mein Gott Ja, Junge Wie kann das denn sein? Ja 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 Oh mein Gott Das war ja so mega nice Ah, okay Ich würde sagen Das war's Leute Ich hoffe, es hat euch gefallen Und ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss